Musik 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 Hi Leute Alles oder NEGA Nein Ich mach auch keine neue Aufnahme Ich starte einfach nur noch mal neu Aber sag nichts anderes Hi Genau So Ich geh jetzt ein bisschen Obsidian-Farmen erstmal Machen wir uns jetzt Dass wir alle ein Heimportal haben Machen wir es so wie ich auf dem Berg oder in irgendeiner Höhle Machen wir es so wie in einem anderen Ticket-LP Achja, ich hab ja noch ein bisschen hier Wir könnten auch alle bei mir in der Basis einziehen Wieso Hat die eigentlich schon einer gesehen? Ja Ich schon Ich war mal kurz drinnen als ich meine Kisten sortiert habe Ich hab mir mal eure ganzen Sachen dabei angeguckt Du hast den Server angelassen, wa? Ich hab den Server nur kurz danach wieder angemacht Weil Mein ganzes Weizen ist gewachsen Schön, ne? Will jemand welches haben? Ich hab 48 So Ich geh dir Ach, jetzt weiß ich Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe Ich auch Meine Mining-Türte wieder aufzustellen Meine ist ja irgendwie kaputt gegangen Bei unserem Teil, ja Meine ist bei mir in der Kiste irgendwo Ich müsste meine auch in der Kiste haben Ähm, ich wollte in Victus Immer noch Wolle bringen Wart mal Wär nicht schlecht, meine Türen stehen offen gerade Oh, sieht geil aus Sieht dein Haus hier so So, wie funktionierst du? Ich brauch vier Obsidianen Guck mal Okay, das heißt, ich brauch 14 Wird jetzt dauern, 14 Obsidianen zu farmen Okay, das sieht wirklich geil aus Du hast ne geile Aussicht Mhm In Victus Mark Panorama Fenster 13 Dias, die sind beschlagnahmt Nein Da pack ich da aber die Wolle rein Sehr schön, ey, ich find das sieht gut aus Denn Victus kann wat Der Mann, der kann Das ist das Intro, glaub ich von Zipz, der kann sein Weiß ich nicht Steht über seinem Dings Ja, ich hab den damals mal geguckt ein bisschen Ich hab den damals auch geguckt Aber damals Das ist schon Mit dem Techno-Nacken Äh, Nacken Das hab ich mir angeguckt War die ganze Zeit mit so nach vorne Mach den Kopf Sag Sieht sie übelst lustig aus Damals, als die Welt noch rund war, ne? Ja Ne Vielleicht Soll ich mir Spraywicka sein Haus noch an? Na, der ist eh noch zur Zeit nichts Gutes Ich hab eh nur eine ganz kleine Unterretage manischt Und Kisten auf dem Dach Ja, und Kisten auf dem Dach zur Zeit Was für ne fette Schest Ups Ne, da fehlen gleich irgendwelche Diamanten oder so drinnen Hä, was ist denn das? Was? Hä? Na, ähm, bist du, hast du mal probiert Mausrad Du gehst über den Gegenstand in eine Kiste und gehst mit dem Mausrad drüber Hä, lol Hä, wie geil ist das denn? Das mach ich bei dir gerade, ich seh das ja Wo nimmt der die Sachen her? Der nimmt die aus der Kiste Ja, aber bei dem, bei dem Rohr, bei dem Redstone grad nicht Komisch Trotzdem ist irgendwie genial Kannst du auch so bestimmt einen solchen immer so rum, also es kreisen lassen Ist mir grad total aufgefallen Ich brauch immer noch viel Aber ich muss mir mal Musik gern machen Ach, danke, hab ich auch ganz vergessen Ey, dass du das immer vergisst Ja, ja, ich vergesse es immer Ich hab vergessen auf 45 FPS einstellen Wir sehen uns gleich wieder Haha Ah, viel zu laut So, wieder da Hey, genau mit meinem Sohn Naher noch Black Ops aufnehmen, Invictus Also mehr auf meinem Kanal Was? Naher vielleicht noch Black Ops aufnehmen auf meinem Kanal Ja, ja Ja, wie lange kannst du denn heute wieder nur bis 20 oder was? Ja, ja Guck Solltest du alles irgendwie in der Reihe kriegen So Wird schon schief gehen Ich brauch nur noch 6 Obsidian Dann hab ich alles Obsidian, was ich brauche Für einen Höllenportal und für meinen Kondenser Also Höllenportal, also würde ich sagen, dass wir das alles zusammen machen Jeder Stämme irgendwo in der Mitte auf Ja Am besten, äh Man könnte ja auch mal alle Häuser verbinden mit einem Gravelweg Haben wir doch schon Unterirdisch ist er auf jeden Fall schon verbunden Ja, unterirdisch Nja 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 Aber dann würde ich auch sagen mit einem Tunnel Wie? Ach, dass es mal einen Tunnel ist Oder was? Was ist da los? Nicht, dass du 5 Tunnel hast, sondern einen Nein, 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 das nicht Ich meine mit dem Gravelweg, dass der durch den Berg durchgeht Wenn wir durch den Berg gehen müssten Ach so Das willst du machen? Ja Und dann machen wir Geht ja mit, äh, wenn wir denn mal irgendwann Red Matter haben, einfacher Hm So ein Red Matter Hammer, um ja zu sein und das dauert noch ohne den Bug Gut, mir fehlt noch 3 Obsidian Hallo Mr. Skelett Hornos Der Arm Hä? Jetzt das Skelett weg Unsichtbare Skelett Spielen wir hier Minecraft IFA oder was? Ich habe mich mit dem Victor schon unterhalten, ihm hat das einfach total angekotzt, dass alles rumgebackt hat Mir hat die Planung auch besser gefallen Ja, also geplant, ja klar, also ich sag, es wäre super geworden, aber an sich halt die Umsetzung, das war einfach langweilig Ja, weil du nichts hast, du kannst nichts machen Da ist Dölit, guck mal da ist der Dölit, hallo Dölit Hallo Du bist da, ich dachte du meinst du ist jetzt vom Alphabet leer Äh, nein Ich will meine Mining-Tuttle anholen setzen Ja, meine Mining-Tuttle ist auch irgendwo, also nicht hier, sondern bei mir Irgendwo Ich finde nur Lava, kein, äh, Obsidian Ja, ist, oh Gott Ah! Verbrennt, da hinten Ich sehe Obsidian Da war ich hier tote Menschen Ich sehe fliegende tote Vögel This was a Creeper So Uh, Diamanten Nice Hä? What the fuck, wie viele? Sechs Diamanten Ich glaub, jetzt sind, ich bringe erstmal meine Diamanten in Sicherheit Die ercheateten? Genau, voll ercheatet Hallo Mr. Zombie Ich Bei dir, jetzt nochmal, äh, bei dir nichts mehr Das ist, boah Bei mir stand manchmal auf 100% Lautstärke Viel zu laut Was? Was ist da los? Stah los Was ist da los? Juhu, Rubine Ich glaub ich sollte mal auf 9 Ich glaub ich sollte mal auf 9 Also langsam Ja, ich lass meine Mining Turtle gleich einen neuen Gang machen Äh, wo ging's denn hier jetzt nochmal bei mir nach Hause? Ne, das ist Dölitz Äh, hier dann, ne, da Wir müssten mal einen eigen, wir müssten mal einen eigenständigen Gang unterirdisch machen und einen überirdisch Jep, hier So Ich mach mal meine Mining Turtle Ich hab 6 Diamanten und 11 Obsidianen, ich weiß nicht, soll ich damit erst ein Höllenportal bauen oder erst mein Condenser Mach mal erst ein Höllenportal oder? Ich glaub ich brauche Ja stimmt, für die Energy Collectoren brauche ich eh Los Los Also Los, Mining Turtle Das dauert immer noch so lange, ich brauche umgedrinkt Äh So Elevator Rails Boah, Slack gerade etwas Mining Turtle Ja, ein bisschen Vielleicht weil ich gerade meine elektrischen Maschinen in Betrieb genommen hab Ja, Slack Was hast du denn in Betrieb genommen? Ja, da Rator und Macarator Ah, ok Hm, na, wenn hier die Gänge sind, lass ich die mal hier tunnelen So Tunnel Wieso bin ich eigentlich auf Höhe, äh, nicht auf Höhe 12 So, du tunnelst jetzt erstmal, schön Einheitlich 3 Du, hast du mir jetzt eigentlich die Borde vorbeigebracht? Ja, die liegt in der Wertkiste da, wo deine Diastronen sind Ok Ich hab die mit rein gepackt Uh Können wir dann schlafen? Ist das, das ist, das ist hin, auch cool Jo, warte Wollen wir schlafen, Speck? Äh, ja, kleinen Moment Äh, warte So Meine Mining Turtle arbeitet da unten Geh ich schnell gleich Oh, wird bestimmt laber drunter sein Ne, doch nicht Geh ich noch schnell in die Hütte und dann Ja, ich muss auch erstmal nach oben Ein paar Erze wieder geholt So Hat jemand schon Energiequandenser? Ja, dieser Vervielfacher Noch nicht, ich bin aber halt dabei Wegen Gravel, dann machen wir uns Gravel und dann Also Gravel dann Das ist mein Verfahren Also wenn ihr irgendwas zerkleinern wollt Ich hab nen Macerator in meiner Basis Dann könnt ihr auch gerne mit benutzen So Ich schliege Ja, ist ja gut, wenn wir alles so zusammen benutzen, weil Von jedem etwas, oder wir machen ein komplettes Haus, wo sowas drin ist Das ist ja dumm, wenn wir jetzt jede Sache dreimal haben Liked euch schön, dankeschön Wo sind meine Diamanten drin? Die sind wahrscheinlich hier drin, genau Boah, 16, 17, 18 Diamanten hab ich schon, schön Übertreiber 18, 19, 21, 22 Insgesamt hatte ich schon 24 Diamanten Also insgesamt eine Diamantrüstung Stopp Ja Krass das ist das Gott, oh Gott Wo bleibt sich denn meine Meinung im Viertel? Ach ja, stimmt Die hat Tin und Flint Schön So Ich Mach mir jetzt mal ne neue Kiste hier, ey Ich hör jetzt gerade, Süd Ich hör jetzt gerade Süd Welchen Song denn? Deine Augen machen blingling und alles vergessen hast ja genau den oh man so ist sicher nicht mal eine neue kiste hier schon platzmangel 1 2 3 4 5 so 67 nochmal plus 8 diamanten was machst du denn da grad schicken ja da habe ich nachher weiter ich glaube ich brauche mir noch eine weitere meinung dafür gleich ja das dauert mir doch eindeutig zu lange ich brauche elevator tracks oder teleporter so ich habe jetzt mal brust und eisen schuhe ich habe noch gar nichts an rüstung muss ja auch etwas ausgerüstet sein da ich ja nur noch von creepern hier weg geholt werde so und ab geht's wieder runter den baum in den baum in den baum in den baum wir sind ja bei let's verstecken mein kraft nicht mehr ab in den baum hat man sich unter dem baum gebaut in den meisten staffeln hat man sich unter dem baum gebaut nein eigentlich nur in staffel 3 wie alle letzte versteck was ist das denn der letzte ist das ganze mal letzte bettel der versteck mit hier ist nicht weil du kannst ja die nicht sehen das ist ja kein let's battle finde ich wir haben es damals aber nicht anders gekannt also ja ja mal das was der lex letzte versteck genannt werde ich damit angefangen ich glaube das war ein abonnenten von mir oder von domse krass die haben mal unter einem von seinem oder einen unter meinen videos geschrieben das mit sneak ist das doch eher kein bettel sondern eher ein netz versteck ich glaube das habe ich gelesen wie ist mir das gerade bekannt ich brauche ein stück steel da zack iron und gott flint und steel wo soll das portal hin irgendwo unten und zum hauptgang den wir bauen und da sind weiten was machst du da an meinen bäumen könntest du bitte meine bäume in ruhe lassen eigentlich will ich nur gucken ob der ob der jahre daran sind deswegen lass meine bäume in ruhe pflanzt die eigene ich habe schon eigene aber ich wollte nachgucken ob da mehr saplings drin sind außerdem kannst du die so besser ausbeuten die bäume ich weiß aber da wenn da nichts dran ist dann hast du noch saplings nö ich glaube in der kiste habe ich noch einen aber den brauch ich halt selber ich baue den einfach mal hier unten rein das portal ich finde nur nikolit warte ich immer so schön dass es dir sind aber nein so hier geht es zu dölit hoch also noch denn das ist mein hauptgang bauen oder dann würde ich sagen ich brauche mal hier das portal hin bei mir da unten noch ein vor Ort ja ja kurz nach deinem eingang ich kann ja gleich mal gucken kommen wenn ich das denn richtig gesehen ist